... engagiert, weil ich dachte, er könnte Englisch. Weil wir wollten ja eine doppeltsprachige Moderation für Europa machen. Er war eingeführt worden, ja, ja, macht den Effekt, er konnte es aber nicht. Und war deswegen auch nur in der ersten Ordnung. Und der hat, im Interview mit Little Feet, demonstrierte Laurel George seine Slyte-Gitarren-Technik. Und erklärte auch Raikuda, mach das so, und ich mach das aber so, und wie bei Bo, und spielte. Ein Song, der heißt China White. China White, suspicion has crept in, it ruined my life. Und als er fertig war, wendet sich Hendrik Busi an ihn und sagt, ist it difficult, frage ich mal ganz dumm. Ein historischer Moment. Also ich wollte jetzt, zum Schluss der Pelle hat gerade gesagt, die Zeiten ändern sich, das war so eine goldene Ehre, die man miterleben dürfte. Und ich singe jetzt zum Schluss den Song dazu. Und Peter Rüschel, und vielen Dank, dass ihr da wart.